Ich hab einfach so ein Bier geschlagen, hab's heute eben auch schon versucht. Ich trinke jetzt erstmal noch auf etwas. Hat er grad sein Bein auf die Kiste gestellt? Nein, er hat seinen Penis draufgelegt. Ich bin jetzt Pepmon. Ja klar, dann machen wir so einen fetten Fuß, ey. Wer ist von noch in der Kiste, weißt du? Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Erklär doch mal bitte. Ich versteh nicht, was du meinst. Das ist dann etwas garaß. Scheiße. Das ist auf YouTube egal. Ich weiß. Ich hab Angst. Ich verarsche mich hier nur wieder. Ja, du stirbst jetzt. Und zwar... Du stirbst, wenn du durch diese drei Lichter gehst. Ja. Oder? Dann bist du nämlich nur ein Wicht, der auf einem Lichterhaufen stirbt. Ah! Keine Wicht! Geil! 79. Kannst du das jetzt auch schon aktivieren oder musst erst den Triggern? Vielleicht darfst du das Ding eben nicht triggern. Ach so. Genau so. Ah. Hat auf jeden Fall nichts mit der Fairbedingung zu tun, stimmt's? Natürlich nicht. Also du musst auf 1,4 sein. Nee. Du musst einfach nur ausreiten. Du musst einfach nur... No, sweet! Auf jeden Fall darfst du dann... Jumping! Yay! Oh, tatsächlich. Das ist ein Druckblatt. Ah! Das ist eine Druckbode. Das ist eine Druckbode. Da ist auch wieder... Da darfst du nicht hüpfen. Natürlich, wenn wir die Druck übergehen, weiß ich, was ich hinbekomme. Ich will nicht wissen, was ich sage. Die sind ja voll die ausgefuchsten Fallen haben, diese verdammten Alien. Du musst dich konzentrieren und ich spreche französisch. So. Ich spreche französisch. Ich spreche französisch. Wuhu! Okay, das wieder. Ich spreche. Ja. Ich spreche. Ah. Ohhhh. Eeeeee. Aber er schlirrt die nächsten Screen. Siehst du? Es sieht doch wunderbar aus. Das ist auch das Screen. Was ihr saget dann? Ich kann jede Markfranzösisch antworten mit, äh, ich ne sepatt. Hm. Du musst klären, oder? Cartoon. Na? Noch, ich geh! Schlipp einfach. Der Bissler nicht drin auf. Ist das voll kräftig? GO! Die anderen haben sich da auch aufgeladen, den geht es auch gut. ich wollte sagen dass das so richtig aus haben sie ja weil die kleine katte vom anfang ja habe ich auch gesehen du hast mich wollte es muss gehen gleich jetzt ich kenne alle tricks hier so ich würde ja versuchen zu springen aber der von markus das heißt also das ist wahrscheinlich totaler schwachsinn besser als ja richtig wer sagt dass ich einfach springen soll du musst einfach springen wer weiß keine antworten springen oder nicht springen nicht springen diese schon gestorben schießt doch einfach mal das war die schlange das kleine ding vom anfang wurde von dem großen ding am anfang weißt du doch gar nicht das wurde was gefressen ja nicht gefressen was sagst du da es hat überlebt es hat überlebt schwer verrundet sich zu rechnen jetzt sagt man hier daria springen oder nicht sagt man alle eine meinung du musst schießen mann ich hab keine meinung du musst schießen was soll der schwachsinn was erzählst du denn meinung ist überbewertet vielleicht musst du einfach über den totenschädel springen damit sich die Schlange nicht erwischt für mich springen und ich glaube dass diese gute idee ach so Ich schieß doch schon die ganze Zeit. Nein, ich hab keins mehr. Warte, was meinst du, wo soll ich hin schießen? Über den Totenschädel schießen. Achso, cool, hat nichts drüber. Nehmen wir den Totenschädel. Unter den Totenschädel ist auf jeden Fall diese scheiß Schlange. Da spüren wir drüber, so wie... Yeah! Aber... Hat ja Markus gesagt! Zugegebenermaßen musst du ja schon zugeben, dass du meistens eine ziemliche Gülle quatschst. Ja, das stimmt. Das stimmt. Deswegen auch meine Ursprungssorge. Schreibt ihm das bitte auch in die Kommentare auf seinem Kanal. Und bitte richtig schreiben. Sonst findet ihr ihn nicht. Dagonios sagt nur Gülle. Mit O am Ende. So! Wollen wir den ganzen Käse noch wiederholen? Hast du erst gestorben? Ich würde das nicht kein so schnell. Yeah! Wieso bist du eigentlich so langsam am saufen? Weil ich so an mir gewohnt bin. Wie? Musst du mit mir trainieren? Und los geht's! Das ist für mich aufgeschoben. Und jetzt sucht er hier einfach... Habt ihr das gesehen? Mann! Ich bin ich ein Lob dafür! Klopp auf die Schulter! Wie viel Geld kriege ich jetzt? 3,50 von ihm. Ich hab schon das doppelte Ende von mir. Kannst du nicht mal einen Schnitt dafür? Kannst du was gerne mit Bier aufmachen? Nein! Ich bin viel zu gut gerade. Ich bin viel gesoffen, ey! Checkpoint! Checkpoint! Ich glaub ich hab mit 16 nichts gesoffen. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich geh einfach voll cool mit ihm. Schon so nach Ende aus, weißt du? Das wär echt schade, wenn das Spiel schon sein hätte. Das wär echt schade, wenn das Spiel schon sein hätte. Ich würde mich doch Platz machen! Schämlich! Dragonios entfernt sich zum Pinkeln. So, ähm... Igel entfernt sich als nächster. Nein, bitte nicht. Bring was mit bitte. Was... ähm... Farbiges. Was braunes mit Nissen nur für Igel. Okay. Yay! Poke ist so frei anscheinend. Poke! Pssst! 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 Der heilige Buckel! Du hast ja einfach nur ein bisschen die Nase erwärmt. Da hatte ich hier Natsch! Pssst! Oha! Oha! Dankeschön! Finde ich ja voll nett von dir. Erst das dritte Bier! Ja. Für uns beiden. Ja. Für Drago ist immer noch das zweite. Drago verträgt nichts. Ja, der kann nichts trinken. Der kann insgesamt ziemlich wenig. Der kann so hoch. Der ist vor allem drei Sachen schlecht. Also trinken, Fußball spielen, Frauen befriedigen. Wer? Wer ist ja gerade nicht da. Scheiße, ich muss noch mal sagen, wenn er wieder da ist. Wenn man sich ärgert kann. So, ich glaube hier oben ist diese Plattform zum Ende. Das spricht nur der Naive aus mir, also. Jetzt mal sterben, ich würde mal ein Bier öffnen. Ich glaube da geht es noch nicht weiter. Ich wollte sagen, ich glaube auch, ich muss erst irgendwie nach... Das Spiel ist hier einfach zu Ende. Das Ding ist, das Spiel endet einfach mit einem Tod. Die haben wir einfach nicht weiterentwickelt. Ja, die hatten einfach keinen Bock mehr. Ne, die haben einfach gedacht, dieses Spiel braucht ein vernünftiges Ende. Und das Ende bedeutet... Okay, hast du noch Bier? Ja. Das schafft doch keiner. Das schafft doch keiner, bis hierhin kommt niemand. Das ist ein Mensch auf diesem Planeten. Das ist nicht so ein Säufer wie mir. Nein. Das sind ja die einzigen Kohlen. Mach da nichts draus. Ja. Da habe ich nur einen Zweifel, wenn du so viele Schilde da hast. Ne, da bringt es nicht. So, jetzt kannst du deinen Spruch nochmal drinnen. Ach so, ich habe gerade was über dich gesagt. Du weißt ja, ich sage ja normalerweise nicht über Leute, die jetzt nicht da sind und so. Ich habe gesagt, es gibt nur drei Sachen, die du nicht kannst. Das sind... Prost. Trinken. Prost. 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 Das mussten wir hier machen. Ich muss warten, bis die Elektro-Dinger hier weggehen. Ja. Und den Deck haben wir vergessen. Ich fühle mir das egal. Nein. Doch. Doch. Ich habe da ja nicht mehr viel drin. Ist doch egal. So lange sie nicht wieder von beiden Seiten kommen, ist mir das egal. Von beiden Seiten? So, links oder links? So, wieder als Nacht meinst du? Was? Was? Hendrik, Jan. Was? Von einer Seite... Markus hat... Wow! Die Peitsche kann... Die Peitsche kann was. Ja, und das habe ich gerade eben auch mal bravourös genutzt, als die Viecher das erste Mal kam. Tötet? Sterbe ich, wenn ich da hingehe? Da ist Ende. Gibt's nicht. Dead End. Kannst du nur die Wand... Da kannst du hoch. Da kannst du hoch. Da war nicht so hergekommen, ihr müsstest. Da kannst du sterben. Ja. Da kann man nicht uns die Schuld geben. Ich hätte es doch mal wie aufmachen können. Schade. Verdammt. Das ist wahr. War nicht mal wieder dazu kommen. Jan, was sagt der Desktop runter? 85. 85. Ja, ich würde gerne wissen, was der jetzt ist von... Ne? Ich raue einfach weg. Hoch da, hoch da! Ach. In den Nacken. Auf dem Buckel. Ich würde gerne wissen, was der von Haar fachst. Von was der von was Opas. Der Ware stand. Weißt du, in den kleinen Pflanzen am Anfang, da kommst du mit einem kleinen Fehmarn. Und es tötet dich, ne? Ja, aber bei dem Elektrizität... Da steht so ein kleines Trommel. Da steh ich einfach halb drin. Ja. Das ist vollkommen egal, denn Elektrizität tötet dich, wie wir alle wissen. Ha, ha, ha. Ha, ha. Volllieb. Es gibt nur ein... nicht fröhliches Gefühl. Griff ist. Wir haben's über... Leck! Oh, ha, 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 ha! Du bringst ihn nicht um. Wie bitte? Denkt ihr das auch grad, dass du wirklich ein super Weihnachtsmann wärst? Hahahaha, ach so? Ha, ha, ha. Oh, ho, 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 ho! Genau! Scheiß Kinder! Aber ich mag den Weihnachtsmann aus Feature Hour. Das ist ein netter Weihnachtsmann. Tod in Tyrannei. So muss das sein. Meine Fresse, ey. Das geht rund hier. Ja, haben sie überlebt. Die Musik ist gerade geil. Ja, voll hart. Geile Sachen. Schön, dass wir die nicht verursachen. Oh, deine Freunde sind wieder da. Oh, sogar die Fledermäuse kreischen. Ah, das Geräusch ist voll eklig. Hör auf. Das Geräusch, wenn du sprichst, ist schon eklig. Das Geräusch, wenn du gerade richtig eklig wird, wenn meine Faust deinen Hinterkopf durchstößt und auch dein Mund wieder rauskommt. Das klingt sicherlich ziemlich eklig, aber es wird mir dann in dem Moment relativ egal sein, glaube ich, ob das komisch klingt. Wow, habt ihr das gesehen? Das war... Das schaffst du immer beim ersten Mal. Du musst deinen Schall aktivieren. Du hättest nämlich da unten, wo du hergekommen bist, hättest du nämlich noch den Schalter ausschalten müssen, damit er da jetzt geht. Wie, wo war dein Schalter? Ja, ganz unten, wo du am Anfang warst. Wirklich? Ja. Echt? Ja. Ganz echt? Ja. Komm, stirb eigentlich. Ich schwöre auf meinen Imaginern Penis. Ich schwöre auf Hurensohn. Ich schwöre auf deine Mutter. Ja. Da erzähl dir wenigstens wie die Gliedermäuse. Schördinger auch. Wie war ein Schalter? Nee, guck mal, da war doch ein Checkpoint. Wie soll denn ein Schalter sein? Warum soll man ein anderes da ausschalten? Die Checkpoints, die kommen noch von hinten links. Da ist bestimmt ein Schalter hinten links. Ja. So, vielleicht hier. Aha. Ah. Oh, guck mal, das ist wieder das alte Passwort. Jetzt hat sich jemand gemerkt, oder? Nein. Nein, ich wusste nicht, dass das passieren wird. Ich guck jetzt aber noch bei den ganzen Wege auf, ob hier nicht vielleicht noch ein Schalter war. Wenn ich schon zu faul wäre, ne? Achso, den Schalter. Du sollst dann nach oben gehen bei dem. Ja, da komm ich aber nicht hin, du. Oder warte mal. Guck mal drauf. Will ich? Ja? Ja. Verwunderung. Genau. Tschüss. Na, ist klar. Erst schon. Das ist eine gute Idee, das werde ich jetzt machen. Jan hat ne Idee gehabt. Jan ist voll lustig. Das war scheiße. Jan ist überhaupt nicht lustig, weil er ist voll der schlechte LP. Das ist wahr. Ja? Da kommt ne Katze. Hallo. Na? Komm mal her. Katzen. Muscheln. Kann man was anderes sagen als Katzen? Kitty. Puck. Puck. Jetzt ist es auch in einem blauen Penis. So. Hat den Mario angelutschtet. Aber nur angelutscht. Nicht zu Ende gelutscht. Okay, los geht's! Let's get ready to rumble! Fire! Stimmt doch. Er hat doch gefeuert. I'm a firing my laser. I'm a firing my laser! I'm a firing my laser! What the fuck! Was ich interessant finde, ist, dass die Gegner überhaupt gar keine Munitionsprobleme haben. Komisch, ne? Unfair. Unfair, Cheetah. Lame. Lame. Lame Stempel. Lame Stempel in XSL. Lame. Lame. Du brauchst nicht 200 Bilder machen, mein Freund. Du musst nur warten, bis dein Stück weg ist. Dann kann ich den abknacken. So. Mal gucken, ob Jan recht hat und dir irgendwas tolles ist. Oh! Fahne! Da hast du wieder! Da kannst du dein Ding wieder aufladen, würde ich sagen. Links. An der Lampe? Ne. Da. Hä? Draufschießen. Das ist dann rechtlich. Da. Ich mich erschrocken gerade. So. Du hast wieder Munition. Toll. Ja, siehst du durch die Wand? War ja sowieso so eng. Nö. Egal. Immer jetzt. Lass dich aufladen. Cool, ey. Chep, 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 chep. Siehst du, er hat's doch was gebracht. Ich hab's ja was zugebracht. Fast. Ich hab's ja was zugebracht. Nein. Hallo, na? In einem Mann. Das ist erst noch zwei Katzen cool. Ich weiß, Sarah. Was ist denn das dahinter, den Typen? Er hat aber zwei Pülien noch. Das ist erst noch zwei Katzen cool. Das ist jetzt noch zwei Katzen cool. Wie ist jemand, der kriegt wie runterkommt, als er ins Gesicht schießt? Da, ich hab irgendwas ausgemacht. Mhm. Wir haben's alle gesehen. Wir sind sehr stark. Damit hast du den Stromkreis gemacht. Also existierte unser imaginärer Schalter, den wir Sui nur erzählt haben, damit der wieder runtergeht. Ach, mach da ein Schild! Woah. Geil. Das ist geil. Du sagst, du kriegst nicht so auf die Hälfte. Du bist so auf die Hälfte. Mhm. So. Und das ist jetzt aus? Glaubt ihr? Nee. Das glaub ich sogar nicht mal. Mhm. Du musst jetzt erst mal diese Fledermäuse kommen. Das schaffst du eh nicht. Klar schaff ich das auf Andi. Siehste? Was ist das? Du musst da irgendwas machen. Das ist doch klar. Entweder ballerst du oder du schießt. Ich glaub es geht unten und links weiter. Ja wahrscheinlich.